Nächster Start auf Armboden von der Kategorie Heidberg, Elia Bechtbach. Adelring vom SC Berlin, Leon Böhner. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ja, das steht dann an der Kategorie Heidberg in Berlin. Wir wünschen, warum wir uns jetzt sagen. Wie hat der Kategorie Heidberg? Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Hong, Willk, miinniinier. Auf geht's. Erster Mann und Deutscher Meister 2017 in der Altersklasse 13-14, Entscheidung erst am allerletzten geliehen, ist Pascal Brendel von der Einfahrtmachtur. Zweiter und Gewinner der Seele-Medaille, ganz knapp geschlagen, am allerletzten geliehen, ist Willi Leonard Binder vom SC-Kotos, der 131. Dritte und Gewinner der Seele-Medaille ist vom SC-Berlin Nilsmann-Tapel auf Platz 3 und 3. Die Gold-Medaille wird übergeben von Silvio Kroll, Vizepräsidentin der deutschen Spitzensport im DTW. Die Silber-Medaille wird übergeben von Andreas Hirsch, Cheftrainer von Toten und Männer im DTW. Die Bronzemedaille wird übergeben von Jens Wilbert, Bundestrainer Nachwuchs des DTW. Auf Platz 4 im CS-Verwalt der Zweiter, Arne Halbig mit 120,425. Auf Platz 6 im CS-Verwalt der Karte. Auf Platz 4 im CS-Verwalt der Karte. Und auf Platz 8 im CS-Verwalt der Karte. Alle Turner erhalten die Bundesmedaille, auch von der Vertreter des Turnclub-Deutschlands. Wir treten hier durch von Claudia Grimmer und Sonja Goldner. Der Turnclub Deutschland fördert unter anderem die Nationalmannschaft der Junioren und Senioren im weiblichen und männlichen Bereich des DTW. Die Hauptsponsoren sind Benver, die Firma IWA und die Firma Speed. Der Kooperationspartner ist die Deutsche Tourliga. 2017 unterstützt der Turnclub Deutschland die Nationalmannschaft mit ca. 20.000 Euro. 1.000 Euro erhalten für die Tonerinnen und den Toner des Jahres. Klapp 4.000 Euro für die deutsche Flugmeisterschaft. In allen Altersstufen von 1 bis 3. 800 Euro für die Deutschlandfunkverhalten. 3.000 Euro für internationale Anlage. Und insgesamt ca. 10.000 Euro für Eintrag der Cheftrainer. So, nochmal einen herzlichen Applaus für die Sieger. Der erste Tag der 3. Cheftrainer. Applaus 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 Vielen Dank.